Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz nach dem vierten Playoffspiel der Tölzer Löwen gegen Elstrand war 2 zu 3 nach Verlängerung vor 2099 Zuschauern. Es war jetzt das Ende einer sehr emotionalen Playoff-Serie, die der Elstrand mit 3 zu 1 gewonnen hat, begrüßt den Trainer des Klatschensky von der Tölzer Löwen. Wie ist Ihr Fazit nach dieser Serie, auch nach diesem Spiel? Ja, guten Tag. Die Spiele heute war, was wir erwartet haben die ganze Serie. Sehr hart gekämpft auf beiden Seiten, Schanzen auf beiden Seiten, Spannung bis zum Schluss. Ich bin unglaublich stolz über meine Mannschaft. Die letzte halbe vom Spiel haben wir mit 13 Feldspielern gespielt. Wir hatten diese Spiele gewinnen müssen, weil am Sonntag hatten wir keine Kraft und zu wenig Spieler mehr übrig. Das ist eine große Erleichterung für uns. Wir haben eine große Leistung von unserer Spiele gefahren und wir freuen uns riesig an. Dankeschön. Dankeschön. Wie ist deine Einschätzung nach der sehr hart und kämpften Serie? Ja, guten Abend erst einmal. Ich gratuliere an Schan und peitigen zum Sieg in dieser Serie. Zum Spiel heute. Es waren auch so, mir haben heute irgendwo, gestern hat mir nicht so gefallen, wir haben eigentlich zu verhalten gespielt. Ich weiß auch nicht, wir waren ein bisschen, ja, hier hätten wir mehr Feuer und mehr Laufbereitschaft gewünscht. Dann auch mit zwei Drittel ist es eigentlich gut gewesen. Wir haben eigentlich ganz einzeln geschossen, hatten gute Chancen und haben eigentlich beidem alle heute zum ungünstigsten Zeitpunkt jedes Mal ein Gegentor von beiden an bekommen, obwohl wir immer in Führung waren. Und ja, das ist halt dann so im Playoff, wenn eine Verlängerung ist. Wir waren nicht in der Lage, das Tor zum Schießen, wir hatten genügend Chancen und sie haben es ja dann letztendlich genutzt. Und letztendlich haben sie ja gewonnen. Insgesamt, es war, Fighting muss ja wirklich ein großes Problem machen, sie haben uns extrem gefordert und es war wirklich eine intensive Serie. Sie haben letztendlich gewonnen. Und ja, aus unserer Sicht ist es sicherlich enttäuschend. Ich denke, dass die Saison gut war. Aber natürlich ist es irgendwo enttäuschend, wenn du den Playofffeld verlierst und dann in einer Verlängerung. Aber mein Gott, das ist halt so. Einer muss letztendlich verlieren. Es hat uns getroffen. Wir müssen halt das halt letztendlich aufarbeiten und wir müssen halt, wir sind halt vielleicht ein bisschen auch an Qualitätsgefühl. Gut, danke. Gibt es Fragen? Zeki war kurz bewusstlos, dürfte dann nicht mehr spielen und Stauder ist, glaube ich, Und dann haben wir die Schulter ausgepuppelt. War es im Klang schon oder nicht? Ja? Dann machen wir alles wieder in Ordnung. Schauspieler, das ist ein lauter Schauspieler. Ruhig! Als Räumer Serie 1, oder Schauspieler? Ist doch der richtige Schauspieler? Habt ihr sie dann? Als Räumer Serie 1, der Reifer wird dann, ähm, das ist doch das Problem auch nicht unverdient. Und zwar, aber wenn man sich wann zu früh anschaut, zum ersten Ausfallspielpfeiting, erste Halbstunde verschlafen. Zweite Halbstunde, wenn man in den Torhüter ist, dem Heuchttemberg hätte die Chancen liegen lassen. Wieviel selber Schuld ist denn da jetzt dabei, aus deiner Sicht, wollen, dass man dem Gegner irgendwie zu dessen wirklich kommen möchte? Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Wieviel ist selber Schuld? Klar. Aber man muss natürlich auch bei allem sagen, Pfeiting hat sehr kompakt gespielt, sehr geschickt. Und man muss auch sagen, der Modus hat das gelenkt, der hat wirklich hervorragend gespielt. Also, der Anton Saal hat sehr gut gespielt, auch der Torhüter. Herr Regenrieder war sehr gut, der Verteidiger mit Müller war sehr gut, was wir ganz deutlich auch anerkennen. Die haben wirklich sehr gute Spieler gehabt und die haben auch zum richtigen Zeitpunkt letztendlich auch abgerufen. Mein selber Schuld? Klar. Gibt es Situationen, wo du denkst, naja, die Spiele gerade im Pfeiting sind ja für uns oft sehr unglücklich gelaufen. Aber was soll's? Also, wir hätten ja bloß das heute gewinnen brauchen und ich denk auch, dass wir dann am Sonntag gepackt werden. Aber Mai hätte gewonnen, aber heftig. Pfeiting hat gewonnen und das nicht uns Nido verdient. Scheiße. Keine weiteren Fragen? Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Unsere Gäste dann unten nach Hause liegen und alles Gute für die weiteren Playoffs. allen Tölzer Fans, eine Sommerpause und bis zur nächsten Saison. Vielen Dank. Vielen Dank.